So, bringt Holz zur Brücke, haltet die Brücke von Untoten zurück. Ja, die haben fünf Steinen geladen. Und mit dem Stein, was ich jetzt hoffentlich noch mit mir rumschleppe. Also das sind Bausteine, das ist normaler Stein. Ne, da fehlt ein Stein. Ja. Also gut, die da oben werden auch wieder belagert. Ich kann nicht schneller gehen. Ich kann nicht schneller gehen. Da kommt wieder ein Trupp mit, äh... Wehrwölfen. Ja. Ich kann nicht schneller gehen. Natürlich. Wird erledigt. Und ja, würden da hinten nicht 100 Gold rumliegen? Einfach mal so am Weg. Pff. Wird erledigt. Wird erledigt. Komm, jetzt sind wir mal wankelmütig. Hoffen einfach mal, dass die Jungs schnell genug sind. Wird erledigt. Ja, ja, ja! Und ich das Gold kriege, ohne in die nächste Horde reinzulaufen. Okay, da kommen sie schon. Nicht kämpfen, wegrennen. Was? Oh, nicht langsam, aber bergab werden. Au. Genau, Straße, Straße. Wir werden angegriffen. Straße, schnell. Ich kann nicht schneller gehen. Ja, Sir. Natürlich, ich kann nicht schneller gehen. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Ja. So. Ich kann nicht schneller gehen. Ja, Sir. Ja, jetzt können wir noch hier mal Mana und noch mehr Niedershop. Ich kann nicht schneller gehen. Da müssen wir jetzt noch die restlichen Steine da hochbringen und dann haben wir das eigentlich schon geschafft. Auf der anderen Seite gibt's sogar Gold. Natürlich. Die Brücke ist nun repariert, aber die Prinzessin ist nirgends zu sehen. Alles klar. Die Einwohner haben jetzt wieder einen Fluchtweg und es ist offensichtlich an mir, nach Talion zu suchen. Okay. Fortsetzen. Erbin des grünen Throns. Die Brücke über den großen Kanon wurde neu erbaut. Nun können wir die Prinzessin treffen. Das Land will nur so von unten und es scheitert, müssen wir uns jeden Schritt des Weges erkämpfen. Das Leben der Prinzessin und die Information, die sie mit sich führt, sind von außerordentlicher Wichtigkeit. Hier wird ein Dorf angegriffen. Es ist besser, die vorderen Zombie-Einheiten zu vernichten, bevor sie sich zu einer einzigen Armee zusammengeschlossen haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich größere feindliche Streitkräfte bei der Brücke zusammenziehen, da wir sie... Aufträge. Ja. Schlagt den Angriff zurück. Es ist besser, da wir sie für den Rückzug zum Turm benötigen. Mhm. Ja. Natürlich. Also ja, die Städte hier brennen. Da oben ist der Turm. Das heißt, auf der Seite gibt es eigentlich nichts. Ja. Ach, da ist die Karawane, wo die Leute flüchten. Ich kann nicht schneller gehen. Was? Bereits zum Kampf? Ja. Bereit. Was? Ja, Sir. Wird erledigt. Natürlich. Und ja, wir müssen wirklich jetzt aufpassen mit unseren Truppen. Ja. Ja. Schon erledigt. Schon erledigt. Ich kann nicht schneller gehen. Wird erledigt. Ja. Ja. Hörte der kriechende Toten aufhören wegzuhören. Natürlich. Natürlich. Jetzt wird es langsam. Ja. Ich kann nicht schneller gehen. Mit den Einheiten. Betrachtet es als erledigt. Schnell. Gehen wir. Ja. 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 Der Angriff wurde zurückgeschlagen. Während die Armee nur ein wenig größer, könnte ich das gesamte rechte Ufer des Kaiserreichs befreien. Die Prinzessin muss uns beim Beobachtungsposten der Elfen auf dem Hügel auf der rechten Seite der Kreuzung erwarten. Mhm. Was? Ja. Ja. Ja, findet die Prinzessin. Die Prinzessin muss uns beim Beobachtungsposten der Elfen erwarten. Der ist da unten. Natürlich. Wir können uns aber erstmal im restlichen Gebiet umsehen. Irgendwo muss ja noch was sein. Also, noch mehr schwarze Krieger. Wird erledigt. Ein paar Wildschweine. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Ein Quicksave wäre auch nicht verkehrt. Ich kann nicht schneller gehen. Ich kann nicht schneller gehen. Ich. Und nur ich. Wird erledigt. Okay, hier oben ist leeres Nichts. Da hinten ist eine Truhe. Wird erledigt. Wird erledigt. Ich kann nicht schneller gehen. Also, wir gucken, dass wir natürlich mitnehmen, noch was wir kriegen können. Wird erledigt. Auf der Seite ist nichts mehr. Da ist nur unser Turm, zu dem wir zurückkehren können nachher. Und zwei abgebrannte Städte. 250 Nahrung. Ja. Auf zum Sieg. Wartet mal kurz. Wird erledigt. Gehen wir mal alle durch. Ihr tragt Holz. Welche Paladine seid denn ihr? Was? Wird erledigt. Okay. Wird erledigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Wird erledigt. Bereit. Kein Problem. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Ja. Oh, großes Höhlenmonster, das. Ist auch nicht schlecht. Also, natürlich ist es schlecht, aber wir können es töten und Erfahrungspunkte dafür kriegen. Ich kann nicht schneller gehen. Wir los haben hier. Ich kann nicht schneller gehen. Da oben liegt sogar noch Gold rum. Also, ja, wir können uns jetzt nach und nach hier jenseits der Brücke umsehen. Hier, wir werden von Monstern verfolgt. Was? Natürlich. Oh, hier sind noch mehr Zombies. Ich kann nicht schneller gehen. Wird erledigt. Ja. Oh, und das Monster hat kurz einen Prozess mit den Jungs hier gemacht. Brenne. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Aber ansonsten ist hier nichts. Wird erledigt. Okay. Ja. 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 Natürlich. Natürlich. Wildschweine und Zombies nebeneinander? Ja. Natürlich. Ja, Sir. Bereit. Oh, noch mehr Untote, die sich zu uns gesellen wollen. Ich kann nicht schneller gehen. Wird erledigt. So, vergiftet und eingefroren. Natürlich. Brenne. Wird erledigt. Wird erledigt. Hier hinten ist ein einzelnes Gold? Schon erledigt. Irgendwas ist doch hier faul, oder? Zum Sieg. Was? 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 Wird erledig. Was ist es? Vielen Dank.